Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht da der Bau raus? Ich stehe da im Raps, wie ihr seht. Es ist sehr schwierig, in das Feld reinzukommen. Und warum stehe ich da im Raps? Hier, Unkraut, Placken, ich weiss nicht auf Hochdeutsch, heisst das Amfer? Ich bin richtig. Placken, he? Gar nicht gut, die müssen raus, habe ich da bei mir alte Plackeneisen, mit dem stecke ich die da raus und noch ein Plastiksack, um die da zu versorgen. Aber extrem mühsam, der Raps ist so, hängt so fest zusammen, da kommt man fast nicht rein, oder ist einfach mühsam. Ich denke, da hat mir letztes Jahr im Weizen eine Placke abgesamt, das ist so eine Spur, die geht da so hier durch und dort hinten ist noch ein Nest, muss alles raus. Ah, nicht gut. Das ist jetzt gerade nicht gut gegangen. Wurzel abgebrochen. Oh, bei dieser machen wir das Bessere. Füsse frei kriege zum Drehen. Ja, das ist jetzt gut. Eine ist auch abgebrochen. Ist da die Schwierigkeit, dass man da die ganze Wurzel mit erwischt. So, für heute reicht es. Es ist jetzt 20 vor 7. Und das wird jetzt auch